Was ist ein Ort, wo man neues Wissen aus der Wissenschaft in die industrielle Praxis überführen kann? Das ist generell eine Wunschaufgabe aus unserer Sicht der Wissenschaft, dass man versucht, den Brückenschlag von frühen Ideenstadium in die Industrialisierung hinzubekommen. Und dann ist es eine Begegnungsstätte, also man kommt hier zusammen im Dialog auch mit anderen und kann das Wissen, was hier fleißig erarbeitet wird, teilweise auch mit der Industrie, nicht nur im reinen Grundlagenforschungsbereich ohne Industrie, sondern im Miteinander, sich hier anschauen. Das ist sehr wertvoll.